Und damit ein ganz herzliches Hallo zum 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga Pohlen-Wolfsburg Für Borussia Dortmund geht es um nichts anderes als, wie eben angesprochen, die Meisterschaft. Dazu müssen sie gewinnen, der Traum. Jetzt aber in die Allianz Arena. Ja, und bei Anpfiff werden die Bayern erstmal Meister sein. Tor in Gladbach. Ja, Frankfurt muss gewinnen, um in die Champions League zu kommen. Aber wenn es nicht Jovic wäre, dann würde man nicht glauben, was man sieht. Für Frankfurt jetzt ein Treffer zu erzielen, sich selbst in die Champions League zu katapultieren und Dortmund zum Meister zu führen. Tor in München! Es ist nicht zu glauben! 37. Spielminute! Und damit ein ganz herzliches Hallo zur letzten Prognose der Saison 2018-2019, zumindest was die Bundesliga anbetrifft. Morgen gibt es noch die dritte Liga-Konferenz und übermorgen die Zweitliga-Konferenz. Ja, tippt immer schön gerne mit in den Kommentaren. Glaubt ihr noch, der BVB schafft es? Wer kommt in die Champions League? Wer in die Euro League? Ja, die Ansage wie schon im letzten Jahr. Es gibt Spiele, in denen geht es halt um gar nichts mehr und deswegen werde ich da nicht so den Fokus drauflegen, sondern eher da, wo es wirklich intensiv ist. Naja, aber wenn da Tore fallen, dann schauen wir uns die natürlich auch an zwischendurch. Ansonsten werfen wir jetzt einen Blick auf die Tabelle. Und dort sehen wir den FC Bayern München in der Pole Position. Ein Unentschieden reicht nach menschlichem Ermessen, um Meister zu werden. Aber das Interessante daran ist ja für Frankfurt, sie müssen eigentlich gewinnen, wenn sie die Champions League sichern wollen und eventuell auch, wenn sie überhaupt die Europa League besitzen möchten, also die Europa League Qualifikation. Denn sollte Wolfsburg gewinnen, sollte Hoffenheim gewinnen, dann wäre Frankfurt raus. Komplett Nummer 8 in der Tabelle und das wäre wirklich ein miserabler Abschluss für eine überragende Saison, die sie spielen. Ansonsten, ja, Leipzig ist schon klar, dahinter Gladbach, Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg, Hoffenheim und mit Chancen noch Werder Bremen streiten sich eben um diese europäischen Ränge. Für Bremen geht es eben nur noch darum, Platz 7 bestenfalls zu erreichen. Mehr ist auch gar nicht möglich, dazu müssten Wolfsburg und Hoffenheim aber patzen. Ja, und ganz unten ist eigentlich alles klar, aber es gibt nicht so viele direkte Duelle, deswegen, ja, schauen wir auf viele Spiele im Detail und gucken jetzt nochmal kurz im Überblick, welche Partien da so dran sind. Das ist zum einen, ja, Bayern gegen Frankfurt, keine Frage, Schalke gegen Stuttgart, da geht es um nichts mehr, hätte ja ein Relegations-Endspiel sein können, das ist aber nicht dazu gekommen. Gladbach gegen Dortmund zur Meisterschaft und zur Champions League, beziehungsweise Euroleague interessant, Hertha Leverkusen zur Euroleague und Champions League ebenfalls relevant für Leverkusen eben. Bremen-Leipzig, für Leipzig ist alles klar, Bremen möchte noch in die Euroleague, haben wir eben schon gesehen. Freiburg-Nürnberg, ja, letztes Spiel von Nürnberg in der Bundesliga. Erstmal für die nächste Zeit Mainz gegen Hoffenheim, da geht es für die Gäste eben noch um was. Wolfsburg gegen Augsburg, dafür die Gastgeber. Und Düsseldorf gegen Hannover, auch nochmal das letzte Spiel von Hannover. Jetzt geht es aber los in die Konferenz. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur 34. Konferenz, zum 34. Spieltag der Fußball-Bundessieger. Wir starten hier in Freiburg, da ist der 1. FC Nürnberg zu Gast. Die Frage, warum starten wir hier und warum schauen wir uns unten Stuttgart in Gelsenkirchen auf dem kleinen Bildschirm an. In diesen beiden Partien geht es um nichts mehr, beide Teams oder alle vier Teams in diesem Falle, haben weder nach oben noch unten irgendwelche Chancen, Europa League Abstieg, das alles entschieden und dementsprechend wird der Fokus auf anderen Partien liegen, dennoch wollen wir hier vorbeischauen, wenn Tore fallen, ebenso wie auf Schalke. Jetzt aber erstmal nach Wolfsburg. Ja, hier geht es zumindest für die Wölfe noch um einiges und im Prinzip geht es darum, durch einen Sieg die Europa League Qualifikation zu schaffen. Die Champions League dürfte wohl kaum noch erreichbar sein, dazu ist das Torverhältnis deutlich zu schlecht und es stehen eben drei Mannschaften noch drüber. Zu Gast ist der FC Augsburg, die verloren zuletzt 3 zu 4 gegen Hertha, aber die Fuggerstädter sind schon gerettet. Apropos Hertha, da schauen wir jetzt auch hin. Werfen gerade noch einen Blick auf die Aufstellung der Herthaner beim letzten Heimspiel, beim letzten Spiel überhaupt für Pal Dardai bei der Hertha aus Berlin. Vielleicht wird er ja irgendwann nochmal zurückkehren, aber in diesem Jahr sollte es einfach nicht mehr sein. Zu Gast ist Bayer 04 Leverkusen und die schielen natürlich auf den vierten Tabellenrang. Da steht Borussia Mönchengladbach. Diese Aufstellung hier soll es richten. Weiser in der Startaufstellung, Lars Bender etwas angeschlagen, wird eben durch Weiser vertreten. Alario in der Sturmspitze. Wir hoffen mal, dass es hier extrem torreich wird. Das hatte Hertha zuletzt immer wieder drin am 34. Spieltag. Später mehr dazu. Und deswegen jetzt erstmal nach Mainz. Zu Gast ist die TSG aus Hoffenheim und unten rechts sehen wir im Kleinkasten Bremen gegen RB Leipzig. Das eben auch in der Konferenz. Warum werfen wir hier zwei Spiele in einen Topf? Das liegt daran, dass Hoffenheim und Bremen auf Platz 8 bzw. Platz 9 stehen und noch minimale Chancen. Vor allem wer da Bremen nur Kleinstmöglichkeiten haben auf die Europa League. Hoffenheim muss gewinnen und dann eben schauen, dass Frankfurt oder Wolfsburg patzen und die Hausaufgaben hier in Mainz eben selber erledigen. Da schauen wir auch später drauf. Ganz klar, es geht in der Meisterschaft noch um was und deswegen wollen wir da jetzt auch hinschauen ab in den Borussia-Park. Das Treffen der Borussen und für Borussia Dortmund geht es um nichts anderes als wie eben angesprochen die Meisterschaft. Dazu müssen sie gewinnen und auf Bayerns Ausrutscher gegen Frankfurt einer Niederlage hoffen, auf eine Niederlage hoffen, auf eine Niederlage plädieren. Das dürfte äußerst schwer werden, weil Bayern ja stabil ist, aber auch Gladbach dürfen wir nicht vernachlässigen. Platz 4, die Europa League wäre der GAU. Die Champions League wäre der Traum. Jetzt aber in die Allianz Arena. Ja und bei Anpfiff werden die Bayern erstmal Meister sein, aber da liegen dann noch schwere 90 Minuten vor ihnen, denn Eintracht Frankfurt, das ist auch klar, muss gewinnen, um eine realistische Chance zu haben, die Champions League zu erreichen. Deswegen werden sie hier nochmal alles reinhauen und es besteht ja noch die Gefahr für Frankfurt ganz aus dem europäischen Wettbewerb rauszufliegen. Dazu muss aber auch einiges passieren. Wir starten die Konferenz jetzt aber erstmal in Düsseldorf. Und damit zur letzten Partie, in der es dann auch um nichts mehr geht, Düsseldorf empfängt. Hannover Düsseldorf mit einer überragenden Saison. Die dürften froh sein, dass es hier um nichts mehr geht, hatten ja gerechnet bis zum letzten Spieltag kämpfen zu müssen gegen den Abstieg. Das konnten sie früher schon erledigen. Hannover 96 hingegen verabschiedete sich aus der Heimsaison mit einem Sieg, aber dann dennoch mit dem Abstieg. Fortuna Düsseldorf in den roten Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang und Hannover 96 in den Textmarker grünen Trikots von rechts nach links dementsprechend. Wir melden uns natürlich hier, wenn Tore fallen, aber so häufig wird der Blick hier drauf nicht fallen. Da bin ich mir relativ sicher. Karamann mit der Flanke. Tor in Gladbach. Die Dortmunder drücken von Minute 1 auf die Tube und drücken auch aufs Gaspedal. 1 zu 0 für die Gäste aus Dortmund. Borussia Mönchengladbach hier also im Rückstand. Die Champions League rückt damit erstmal in weite Ferne. Und Thomas Delaney mit einem klasse Abschluss, auch überragend von Marco Reus vorgelegt, bringt jetzt die Gäste erstmal punktgleich mit den Bayern. Natürlich würde auch ein Unentschieden der Bayern reichen, aber dazu müsste Dortmund dann knapp 17 zu 0 gewinnen. Das ist unrealistisch. Absolut. Wir schauen jetzt aber mal nach München, denn wie gesagt, für die Frankfurter geht es da ja auch noch um einiges. Ja, Frankfurt muss gewinnen, um in die Champions League zu kommen, aber es waren zuletzt einfach kaum noch Körner da. Thiago nach Verletzung oder Angeschlagenheit wieder dabei und Bayern München lässt sich mal gar nicht beeindrucken von dem, was Borussia Dortmund macht. Serge Gnabry mit dem 1 zu 0 in der fünften Spielminute. Da rücken sie nicht raus, die Frankfurter. Klasse Drehung von Gnabry, gute Ballannahme, fackelt da nicht lange rum und lässt Kevin Trapp keine Chance. Super Tor, gut gespielt. Thiago auf Lewandowski, der steckt durch. Gnabry nicht im Abseits. Und jetzt steht es schon. Tor in Bremen. 1 zu 0 für die Bayern. Und jetzt braucht Frankfurt zwei Tore zur Meisterschaft für die Dortmunder. Schauen wir aber erstmal nach Bremen. Die Gäste führen. Timo Werner mit dem 1 zu 0 ganz früh in der Partie. Sechste Spielminute. Gute Kontraktion, Eckstoß für Werder Bremen und der fliegt ihn dann um die eigenen Ohren. Timo Werner bleibt dann relativ eiskalt vor Pavlenka. Wuchtiger Schuss. Da ist der Keeper-Zahn noch dran, kann ihn aber nicht mehr richtig rausfischen. Und das ist für Werder Bremen dann letztendlich wohl der Knockout, wenn es um die Qualifikation für die Euroleague geht. Aber natürlich darf man die Elf von Kohfeldt niemals abschreiben. Auch nicht gegen Leipzig. Ein Rückschlag dennoch, den man erstmal verkraften muss aus Werder Sicht. Man hat genug Zeit, vielleicht das die positive Erkenntnis. Dennoch hätte man hier anders rein starten müssen, um auch den Druck auf die anderen Mannschaften da vorne zu erhöhen. Jetzt kommt nämlich schon wieder Leipzig. Werner legt nochmal raus zu Marcel Sabitzer und dann ist es geklärt. Niklas Moisander haut den Ball raus. Hier steht es 0 zu 1. Gucken wir mal nach Leverkusen. Wir schauen natürlich nach Berlin, wo aber Bayer 04 Leverkusen zu Gast ist. Auch knapp 10 Minuten gespielt und da kommt die Hertha. Valentino Lazaro gegen Radetzki. Dann eine Unsicherheit. Ibisevic. Und da fehlen nur Millimeter. Was macht Radetzki denn da? Geht nicht zurück ins Tor. Hat dann den Ball auch nicht. Und Lazaro fasst mit der Vorlage. Und für Ibisevic ist das dann einfach Pech. Den Lupfter da in Richtung des Tores dreht sich aber dann gerade noch so raus. Ja, für Hertha geht es eben darum, Paldadai nochmal einen würdigen Abschied zu bereiten. Zuletzt hatte man in den 34. Runden oder am 34. Spieltag immer 2 zu 6 verloren. Gegen Leipzig und Leverkusen in aufeinanderfolgenden Jahren. Das ist nicht das, was man sich so wünscht als Hertha-Fan. Denn heute soll es mal anders ausgehen. Stand jetzt sieht es ganz gut aus. Aber es kann dann ja auch mal Post wenden gehen. Jetzt erst mal Sjelbrett. Und der Abschluss von Duda ist nicht schlecht. Schauen wir nochmal drauf und dann geben wir eine Station weiter. Und landen hier in Mainz. Die TSG aus Hoffenheim ist zu Gast. Muss sich ja darauf verlassen, dass Wolfsburg immerhin patzt oder die Eintracht aus Frankfurt. Stand jetzt liegt die Eintracht ja zurück und Wolfsburg führt noch nicht. Das heißt, ein Tor der Sinsheimer würde sie in die Europa League spülen. Und das ist natürlich der Anspruch, den man auch hat. Gerade Rabeck mit der Flanke. Aaron Martin ist noch dran. Hakan Stanklern. Hoffenheim geht früh raus. Hat aber bislang noch nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Der SFV Mainz 05 nach dem starken 2 zu 0 gegen Frankfurt. Durchaus mutig, aber ohne Durchschlagskraft nach vorne. Deswegen ist das ein folgerichtiges 0 zu 0. Und jetzt schauen wir nach Bremen. Der Ausgleich. Yuya Osako in der 24. Minute mit dem 1 zu 1. Und das war sehr stark gemacht. Schöne Passtafette. One-Touch-Fußball, wie es Kohfeldt sehen will. Und dann bleibt Yuya Osako vor Gulaschi aus. Rund 11 Metern komplett eisig, kalt. Keine Chance für den Ungar gegen die Laufrichtung. Kommt dann nicht mehr rum. Und somit Werder Bremen wieder voll und ganz in der Partie. Müssen ja sowieso gewinnen. Dann davor Frankfurt. Die sind nicht mehr relevant. Wolfsburg auf Platz 7. Hoffenheim auf Platz 8. Da muss es rumgehen. Die irgendwie einzuholen. Doch Hoffenheim ist ja auch nicht so schlecht drauf. Jetzt kommt hier Leipzig wieder. Konrad Leimer zu Emil Forsberg. Emil Forsberg, das geht ein bisschen zu einfach. Paulsen abgefälscht. Der Ball von Sahin vor die Füße von Werner. Und er steht wieder 1 zu 2. Er steht wieder Führung für die Gäste. Keine halbe Stunde gespielt. Drei Treffer. Doppelparkt. Timo Werner. Und das ist schmerzhaft hier für die Bremer Fans. Forsberg kann sich da zu einfach wenden mit dem Ball. Paulsen will dann schon abschließen. Sahin ist noch dran. Dann steht da Werner aber relativ frei. Den darf man da nicht so stehen lassen. Der bleibt dann auch eiskalt vor Pavlenka, der aber schon im Prinzip geschlagen war. Und somit braucht Bremen wieder zwei Tore, um irgendwelche Hoffnungen zu haben. Wie gehen sie mit diesem Nackenschlag um? Wir werden das weiter verfolgen. Tor München. Und schauen jetzt nach München. Der Ausgleich ist schon mal da. 28. Minute. Luka Jovic mit dem 1 zu 1. Und wenn es nicht Jovic wäre, dann würde man nicht glauben, was man sieht. Aber was ist das für ein fantastisches Tor? Überlegt, reingeschlänzt. Oben rechts rein. Da ist gar nichts zu halten. Ein wunderschönes Tor. Und damit wieder etwas mehr Spannung zumindest. Im Meisterschaftskampf. Keine halbe Stunde gespielt. Und die Frankfurter sind wieder da. Eintreffer jetzt für Frankfurt. Und Bayern würde in letzter Sekunde die Schale noch aus den Händen gleiten. Ist noch nichts passiert, aber damit müssen jetzt auch erstmal umgehen. Und jetzt schauen wir nach Gelsenkirchen. Die Schalker führen durch Breel, Donald, Mbolo. 29. Spielminute. Die Führung für die Gastgeber. Für Stuttgart geht es eigentlich darum, sich vor der Relegationspartie nochmal einzugrooven. Nach dem guten Erfolg gegen Wolfsburg, dem 3 zu 0, nochmal diese Leistung zu bestätigen. Und jetzt liegen sie hier erstmal zurück. Und damit müssen sie umgehen. Für Schalke ist ja nach einer katastrophalen Saison dann tabellarisch schon alles sicher. Dennoch wird da auch im Nachhinein, im Nachgang noch drüber diskutiert werden müssen. Aber das war jetzt erstmal ein schönes Tor von Mbolo. 1 zu 0, also ein Linksschuss. Oben links rein. Keine Chance für Ron Robert Zieler. Der VfB Stuttgart macht hier keine so schlechte Partie. Ist auch mutig nach vorne und da will ich ja zu neuer Kraft gekommen. Und deswegen geht es jetzt auch wieder in die andere Richtung. Über die linke Seite mit González. Die Flanke. Nübel kann es erstmal raus. Faustenszene noch nicht geklärt. Und jetzt schauen wir uns erstmal den Treffer in Düsseldorf an. Düsseldorf führt. 1 zu 0 für die Fortuna. Kenan Karaman. Natürlich ist er der Torschütze. Ex-Hannoveraner. Unsauber geklärt von Esser. Der irrt da ein bisschen im 5 Meter Raum rum. Aber klasse auch gemacht. Also 1 zu 0 für Düsseldorf. Wir gucken weiter. Gab gerade eine gute Möglichkeit für Borussia Mönchengladbach zum Ausgleich. Und dann wäre in der Meisterschaft sowieso alles gegessen gewesen. Aber so kommt nochmal Spannung auf. Und Borussia Dortmund stand jetzt punktgleich mit den Bayern. Über die linke Seite jetzt mit Jadon Sancho. Schöne Flanke. Gar nicht schlecht. Aber da ist kein Abnehmer. Axel Witzel verliert dann den Ball an. Michael Cuisance und Hazard mit der Möglichkeit den Tor in München gegen Angriff einzuleiten. Und jetzt schauen wir natürlich schnell nach München. Es ist nicht zu glauben. 37. Spielminute und Stand jetzt 16 Uhr 8 wäre Borussia Dortmund deutscher Fußballmeister 2018 2019 Ante Rebic völlig frei hämmert den Ball rein. Keine Chance für Sven Ulreich. Wir schauen auf die Tabelle. 76 Punkte Dortmund 75 Punkte Bayern Bayern muss jetzt kommen. Ein Treffer fehlt zur Meisterschaft und jetzt haben wir tatsächlich nochmal Drama und für Frankfurt bedeutet das ja auch die Möglichkeit auf die Champions League weil Bayern 04 Leverkusen und Gladbach beide nicht führen. Unglaublich was sich hier abspielt. Bayern will gleich antworten kommt jetzt über die linke Seite Tor auf Schalke mit Kingsley Coman das Tor wollen wir natürlich mitnehmen. Da ist der Ausgleich 40. Spielminute Anastasios Dornis macht hier den Gästeblock erstmal etwas glücklicher Ball wird abgefälscht vor die Füße von Dornis macht er richtig stark mit dem rechten nimmt er ihn an mit dem linken hämmert er ihn oben links ins Eck ist auch noch leicht angelupft keine Chance für Nübel ab nach Freiburg Ja hier haben wir noch nicht so viele Impressionen gesammelt dabei ist das eine ganz nette Partie Nils Petersen hier nach exakt 40 Minuten mit dem schönen Schlenzer und es gibt Möglichkeiten auf beiden Seiten einzig eben die Ausgangslage die diese Spannung die spielerisch durchaus aufkommt nicht wirklich ins Gemüt von den neutralen Zuschauern bringen kann 5 Minuten noch bis zum Pausenfiff Nürnberg möchte sich natürlich noch mal mit einem schönen Erlebnis verabschieden Freiburg hat aber gepatzt und zwar ordentlich gegen Hannover beim 3 zu 0 natürlich war Christian Streich nicht zufrieden nahm aber sofort seine Mannschaft in Schutz wie er da eben so drauf ist absolut auch zu Recht Freiburg hat ja auch wirklich eine klasse Saison gespielt mit dem Abstieg kaum mal was zu tun gehabt und auch frühzeitig gerettet das ist alles was zählt hier im Preisgau der erste FC Nürnberg hat es eben nicht geschafft kommt jetzt aber im Strafraum zu nah gefährlichen Aktion Schwolo Nachschuss von Löwen Nachschuss von Ischak gute Parade von Schwolo hier dann Löwen wird da gestört also hier steht es kurz vor der Pause weiterhin Tor in Berlin 0 zu 0 und jetzt wollen wir nach Berlin schauen 1 zu 0 für Hertha und Bayer 0 für Leverkusen kann Stand jetzt die Champions League erstmal abhaken da müsste jetzt einiges passieren dass sie da noch reinkommen sie müssten selber die Partie drehen und danach sieht es aktuell einfach nicht aus nach vorne machen sie kaum etwas ein Punkt würde dann nur reichen wenn Gladbach wirklich nicht noch einen Punkt holen sollte gegen Dortmund das ist alles spekulativ wir schauen gleich auf die Tabelle aber nochmal nach München ja wir schauen in der Halbzeit auf die Tabelle was sich da alles so bewegt hat jetzt aber nochmal die Münchner vor dem Pausenfiff Serge Gnabry starke Parade von Trapp Szene noch heiß Thomas Müller und Joshua Kimmich der setzt sich da vorne immer und wieder ab Goretzka zu Thiago der ist ganz wichtig dass er nach dieser angeschlagenen Periode wieder dabei ist sieht man hier und Robert Lewandowski mit dem Ausgleich dritte Minute der Nachspielzeit im ersten Durchgang und die Bayern stand jetzt wieder Tabellenführer spektakulär was hier passiert und was ist das auch wieder für ein Tor Tor in Mainz wir gucken uns den Treffer in Mainz gleich an was für ein Abschluss das ist ja Luka Jovic Part Nummer 2 ab nach Mainz Hoffenheim führt und schießt sich damit in die Europa League Stand jetzt Ishak Belfodil macht das Ding ebenfalls wie in München dritte Minute der Nachspielzeit gute Flanke von der rechten Seite und dann hält Belfodil die Fußspitze hin Nia KT kommt nicht richtig in den Zweikampf und Florian Müller ist aus kurzer Distanz dann geschlagen die Flanke kann natürlich auf der rechten Außenbahn auch verhindert werden da standen genügend Mitspieler beziehungsweise Gegenspieler bei Kaderabek die Flanke kommt trotzdem rein Ishak Belfodil hat den Killerinstinkt in dieser Rückrunde auf jeden Fall gepachtet Mainz liegt zurück ja für die geht es um nichts mehr so spielen sie hier auch über weite Teile 0 zu 1 also in den anderen Stadien ist Pause bis auf Wolfsburg also nochmal in den Norden ja stand jetzt wäre Wolfsburg aus der Europa League raus denn eben Hoffenheim gerade gesehen führt mit 1 zu 0 und hier ist jetzt auch Pause die Wölfe können nicht zufrieden sein die Europa League soll es dann am Ende sein wir sehen hier Wort Vechos noch ohne jeglichen Akzent nach vorne aber das ist ein Phantom der muss nur einmal bedient werden und dann wird es gefährlich also überall ist Pause wir schauen jetzt in der Halbzeit mal auf die Resultate und was das dann für die Tabelle bedeuten würde ja durch das 2 zu 2 jetzt von den Bayern also doch wieder die Münchner auf Platz 1 nach Halbzeitstand Frankfurt aber trotzdem durch nur ein 2 zu 2 in Anführungszeichen gegen die Bayern auf Platz 4 weil Gladbach und Leverkusen beide zurückliegen Hoffenheim führt dadurch auf Platz 7 Wolfsburg wäre aus der Europa League raus aber was bringt es hier lange drum rum zu diskutieren das ist alles nur Makulatur wir schauen jetzt auf den zweiten Durchgang ja und noch kurz dazu gesagt wenn es euch gefällt würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo natürlich freuen dennoch jetzt geht es erstmal weiter mit der Konferenz viel Spaß und nochmal danke fürs Zuschauen wir sind zurück im Weserstadion da hatte Timo Werner in der sechsten Minute das 1 zu 0 für die Gäste erzielt aus Werder Sicht ein miserabler Start die gute Anfangsphase der Leipziger konnten die Gäste dann erstmal nicht bestätigen und kassierten dann folgerichtig in der 24. Minute das 1 zu 1 durch Yuya Osako da blieb da vor Gulaschi eiskalt schiebt den Ball entgegen die Laufrichtung halb hoch ein doch nur 4 Minuten später der erneute Rückstand Timo Werner mit dem Doppelpack mit dem 2 zu 1 und damit werden jegliche Europa League Träume für Werder Bremen ausgeträumt aber Hoffenheim spielt ja auch sowieso nicht mit da diese ja führen jetzt schauen wir auf die zweite Hälfte jetzt Leipzig von links nach rechts das ist klar und die wollen hier klar nochmal auch vor dem DFB Pokalfinale mit guten Gedanken reingehen Moisander gewinnt hier aber erstmal den Ball macht da richtig stark gegen Forsberg Pavlenka Tor auf Schalke lösen das dann gut jetzt schauen wir aufs erste Tor im zweiten Abschnitt der VfB Stuttgart führt 48. Minute und es kommt schon wieder ein leichtes Raunen auf bei den Schalker Fans absolut verständlich die Heimsaison ist auch noch miserabler als auswärts zuletzt ein 0 zu 0 gegen Augsburg hier in der Felddienst Arena das dazu führte dass man sich den Klassenerhalt ja man muss es vielleicht so hart sagen ergaunerte eben dadurch dass sich andere Mannschaften noch weniger um Punkte bemühen konnten nun ja das wird jetzt noch mal interessant für die zweite Hälfte 1 zu 2 gegen Stuttgart das muss auch nicht unbedingt sein Matondo kommt aber und bringt die Flanke zu Bojellab da ist Mbolo und Daniel Kelly Jury mit der passenden Antwort das ist ja verrückt Schalke kommt also doch noch mal wieder und da sind auch die Schalker Fans wieder einigermaßen versöhnt stark gemacht von Mbolo noch mal auf den Ball raufgetreten dann rübergelegt auf den mitgelaufenen Kelly Jury und dass der einen Drang nach vorne hat ist ja auch national durchaus bekannt bleibt er hier auch vor Ron Robert Zieler eiskalt jetzt zwei Tore also innerhalb von weniger Minuten Tor in Berlin und zehn Treffer in Berlin nehmen wir natürlich mit Leverkusen gleicht aus und das hat erhebliche Auswirkungen auf die Verteilung der Europa League und Champions League Plätze dieses 1 zu 1 aktuell würde für die Champions League reichen für Platz 4 Kai Havertz wird da bedient durch Schalz Aranguiz richtig schöner Rechts Abschluss da gegen Thomas Kraft Behälter die Nerven also hier steht es 1 zu 1 wie geht Wolfsburg damit um ja Wolfsburg schaut sicherlich mit einem neidischen Blick da in die Hauptstadt und allgemein die Fans die in diesem Stadion sind haben bislang noch echt viel zu erwarten denn nach unten können die Erwartungen eigentlich kaum noch bestätigt betroffen werden Gott sei Dank also schnell weg hier wir wollen Tore sehen die Übersicht behalten eingeschoben und das könnte jetzt der Knockout für Werder Bremen bereits gewesen sein Pizarro geht klar da gibt es eventuell nach dem Spiel noch Feierlichkeiten vielleicht verlängert er aber auch nochmal Sargent kommt jetzt jedenfalls wir wollen aber nach München schauen ja und dieses Spiel passt zur Saison von den Bayern ein hin und her der Gefühle Gegentore Defizite in der Verteidigungsarbeit und jetzt kommen sie wieder nach vorne denn die offensive Kraft besitzen sie ja das 3 zu 2 wäre vermutlich so etwas wie die Erlösung denn ein Tor von Frankfurt würde Dortmund zu Meister und Bayern zum Vizemeister machen jetzt geht Ante Rebic der hatte das 2 zu 1 erzielt Sebastian Aller kommt rein aber so langsam merkt man auch wieder dass bei den Frankfurtern die Kräfte schwinden sowohl mental als auch körperlich über eine halbe Stunde ist aber noch zu gehen und sie wollen durchaus Schützenhilfe leisten für Borussia Dortmund aber auch aus eigenem Interesse die Champions League dann noch erreichen zu können und jetzt kommen sie auch über die rechte Seite Sebastian Aller mit der Flanke Jovic hat da ein bisschen Glück und trotzdem bekommt Bayern den Ball Thomas Müller arbeitet mit nach hinten klar das muss jetzt hier auch erstmal verteidigt werden Lewandowski und Thiago im Zusammenspiel Coman kommt aber gegen David Abraham nicht durch es ist eigentlich mittlerweile eine Partie mit offenem Visier Chancen gab es bislang aber zu selten Tor in Freiburg zweiten Abschnitt und jetzt schauen wir mal nach Freiburg das 1 zu 0 für die Gäste und bei den Freiburgern ist ebenso wie bei Frankfurt scheinbar die Luft Tor in Düsseldorf wir gucken gleich auch nach Düsseldorf hier steht es auf jeden Fall 1 zu 0 für die Klubberer die sich nochmal mit einem Sieg verabschieden möchten schöne Flanke von der linken Seite Virgil Misicjan am zweiten Pfosten piekt den dann aus Spitzenwinkel rein da sieht Schwolo auch nicht glücklich aus von seiner Schulter prallt der Ball ins Netz also hier steht es 1 zu 0 für die Gäste ab nach Düsseldorf Ilas Bebu mit dem 1 zu 1 61. Spielminute die Moral hat Hannover 96 am letzten Spieltag schon gegen Freiburg beweisen können jetzt hier eine schöne Flanke von der linken Seite dann eine nette Direktabnahme von Bebu die hatte ordentlich Wucht drauf Rensing sieht aber auch nicht so ganz glücklich aus trotzdem da hat auch Bebu zu viele Freiräume um sich herum Hoffmann kann nur noch hinterher schauen hier steht es 1 zu 1 und ja am besten noch mal aus der Liga verabschieden nicht mit einer Niederlage sondern vielleicht sogar mit einem Sieg wir schauen später drauf jetzt noch mal nach Gladbach etwas über eine Stunde gespielt natürlich ist das 2 zu 2 hier auch bis in den Borussia Park gedrungen und die Gladbacher sind bedient das Leverkusen eben ausgeglichen hat dadurch wäre der vierte Tabellenplatz passé und da kann Sancho jetzt relativ einfach spazieren gegen Ginter kommt er aber nicht durch der schmeißt sich da rein und Gladbach haut auch eben hier alles rein was sie haben Dortmund macht aber auch einen richtig guten Job und führt hier auch nach wie vor verdient mit 1 zu 0 Paco Alcacer kommt jetzt rein Mario Götze verlässt das Feld und jetzt die Flanke von Elwedi aber erstmal geklärt auch bei Gladbach gab es einen Wechsel schauen wir natürlich später im Detail drauf wenn es noch drauf ankommt aber jetzt erstmal das 2 zu 0 für Dortmund Axel Witzel setzt den Ball oben rechts rein und lässt Jan Sommer keine Chance und es sieht wohl so aus als würde die Meisterschaft dann in München entschieden werden und es kommt darauf an ob Frankfurt noch einen erzielt Schlag rübergelegt hier zu Witzel der Welt dann die Übersicht sieht dass Jan Sommer etwas zu weit vom Kasten steht und dann passt er auch Hagenau wir gehen nochmal eine Station weiter ja der VfL Wolfsburg ist weiterhin nur auf Platz 8 wenn es bei diesen Resultaten bleiben sollte und das kann nicht der Anspruch sein wenn man nach 33 Spieltagen auf Platz 7 steht und jetzt kommen die Augsburger Richter jetzt aber etwas unglücklich flankt sich da so halb selber an gibt nochmal einen Wechsel Julian Schieber kommt Andre Hahn geht und es gab eine richtig Top-Möglichkeit für die Gäste Lattenschuss aber Glück für Pavau Perwan der da ohne Möglichkeit geblieben wäre das wäre dann der Wolfsburger Europa League Knockout wohl gewesen 20 Minuten sind jetzt noch auf der Uhr sie brauchen ein Tor und dann sind sie unabhängig von Ergebnissen auf anderen Spielplätzen jetzt kommen sie zumindest auch über Josep Brekalo und Steffen das ist aber eine komplett überhastete Flanke in die Füße der Augsburger Verteidigung so sollte es nicht unbedingt weitergehen und jetzt schauen wir nochmal nach Mainz ja also Wolfsburg darf auf jeden Fall nicht auf Schützenhilfe aus Mainz hoffen denn die Sinsheimer führen hier mit 2 zu 0 ich denke mal das war es dann auch Joel Linton nach Verletzungspause wieder dabei wurde ja letzte Woche schon eingewechselt bleibt hier eiskalt vor Florian Müller aus knapp 6 Metern und haut ihn ins kurze Eck rein gar nicht so wuchtig geschossen aber eben zuplatziert als das da noch etwas hätte gegen getan werden können 72 Minuten hier von der Uhr und das bedeutet Wolfsburg muss jetzt noch ein Treffer erzielen ansonsten war es das mit den Europaträumen Donati verlässt das Spielfeld und wir verlassen diesen Spielort ab nochmal nach Berlin Arangui ist hier gerade nochmal mit der Möglichkeit zum 2 zu 1 und dann wäre das schon die sichere Qualifikation für die Champions League gewesen aus Leverkusener Sicht doch die Hertha spielt auch nochmal nach vorne schöne Flanke aber kein Abnehmer in der Mitte Sven Bender und Jonathan Tah klären das dann relativ problemlos und souverän von hinten raus Marvin Plattenhardt ist auch da das war jetzt ein katastrophaler Ball in den Fuß von Lucas Salario Julian Brandt Schaltz Aranguis aber kann sich gegen Lazaro nicht durchsetzen Tor in Bremen und dann schauen wir auf das Tor in Bremen 2 zu 3 nur noch 77. Minute es wird für Bremen nicht mehr reichen dazu spielt Hoffenheim eben parallel auch nicht richtig mit und sie müssen auch noch zwei Tore erstmal selber erzielen um hier den Dreier mitzunehmen die Flanke von der linken Seite der Kopfball von Johannes Eggestein Gulaschi streckt sich zwar kommt mit den Fingerspitzen aber nicht mehr dran wir melden uns wenn ein Tor fällt gucken jetzt aber nochmal in die Allianz Arena kratzt da Frankfurt nochmal an den Münchner Meisterschaftstreuen erstmal gab es hier eine bittere Szene Niklas Süle musste verletzt raus verletzte sich hier im Zweikampf mit Sebastian Allaire aber das war einfach nur unglücklich da konnte der Franzose gar nichts für Jérôme Boateng jetzt dafür mit dabei letzte Viertelstunde und Boateng hatte schon einige Wackler drin in dieser Saison deswegen wird es jetzt auch interessant zu beobachten sein ob sich da dann in der Defensive noch was einschleicht Frankfurt lauert aber da fehlen auch einfach mittlerweile die Kräfte doch ein Konter kann ja wirklich alles nochmal wenden stand jetzt weiterhin die Bayern Deutscher Meister dieser Punkt würde reichen weil Dortmund ein zu schlechtes Torverhältnis hat jetzt der Siegtreffer oder der Führungstreffer und dann wäre alles vorbei gewesen schön hier gemacht die Flanke dann der Kopfball ist aber zu harmlos kein Problem für Kevin Trapp und jetzt nochmal Frankfurt Toren Bremen auf der Uhr und wir schauen wieder nach Bremen das sechste Tor bereits aber ungerecht verteilt weil Yusuf Paulsen ebenso wie sein Teamkollege Timo Werner einen Doppelpack schnürt 81. Minute 2 zu 4 und Werner Bremen schlägt sich da vielleicht selber eine Kopfballvorlage für den Kopfball von Yusuf Paulsen Pavlenka versucht noch den Ball hinterher zu hechten der ist eben nicht mit viel Druck aber sehr platziert gesetzt Pavlenka ist noch dran aber gegen den Pfosten und in seine Hand Innenflächen hineingeköpft geht der Ball dann über die Torlinie hinweg und klar und deutlich in den Kasten das dürfte es jetzt wohl gewesen sein und die Leipziger mit einer fantastischen Generalprobe für das DFB-Pokalfinale dann gegen die Münchner Bayern in einer Woche am Samstagabend und Werder Bremen da lässt sich das Fazit ziehen sie spielen die überragende Saison haben wirklich auch tollen Fußball abgeliefert die Punkte die sie hätten einfahren müssen haben sie nicht unbedingt hier verloren natürlich auch aber gegen kleinere Klubs wie Nürnberg und Co jetzt aber nochmal Bremen und das 3 zu 4 85. Minute was für eine Partie die macht richtig Spaß und so wie die Gastgeber hier kämpfen hätten sie auch noch den Ausgleich verdient auch wenn es wie vorhin schon angesprochen für die Europa League gar nicht mehr reichen kann und wir sehen es hier ganz klar und deutlich das wird nichts mehr trotzdem hätten sie für diesen Einsatz Tor Düsseldorf Europa eigentlich verdient und zumindest dann den Punkt schauen wir drauf sie haben noch ein bisschen Zeit jetzt aber erstmal nach Düsseldorf da ist nämlich noch ein Treffer gefallen und Hannover 96 scheint sich wirklich mit einem Sieg aus der Bundesliga verabschieden zu können 85. Spielminute Ilas Bebu mit dem Kopfballtreffer schöne Flanke von der rechten Seite ja und vermutlich wird es dann sogar als Eigentor gewertet für Rensing ja von der Latte gegen seinen Arm und da dann über die Linie Bebu Grätsch dann zu spät ein Tor einer 84. Minute nochmal entspannt für Thomas Doll die Zukunft ist ja noch ungeklärt werden wir später drauf schauen das was er jetzt in den letzten Wochen gemacht hat war durchaus respektabel Tor in Wolfsburg und jetzt schauen wir nach Wolfsburg schaffen sie es noch in die Euroleague es sieht ganz danach aus und zwar in der allerletzten Spur 87. Minute viel später darf dieser Treffer gar nicht fallen Daniel Ginczek mit dem 1 zu 0 für die Wölfe schöner Ball in die Spitze dann ist das ein äußerst ungünstiger Winkel und Kobel reagiert gar nicht mehr guckt den Ball nur noch ins Netz rein und Daniel Ginczek sorgt dafür dass der VfL Wolfsburg nun doch in der nächsten Saison europäisch spielen wird da sehen wir es Leverkusen Champions League Hoffenheim und Bremen komplett raus nicht mal Euroleague wir wollen jetzt aber nochmal nach München schauen abseits abseits Situationen hier für Frankfurt und da ja Dortmund die Möglichkeit selber am Leben hält geht es darum für Frankfurt jetzt ein Treffer zu erzielen sich selbst in die Champions League zu katapultieren und Dortmund zum Meister zu grünen dazu fehlt ein Tor und das ist doch eigentlich Wahnsinn dass das noch möglich ist an diesem Zeitpunkt Tor in Mainz Saison schauen jetzt aber erstmal nochmal nach Mainz ja für Hoffenheim oder für die Mainzer nochmal für Hoffenheim das 3 zu 0 und so wie sie hier auch spielen wie sie ihre Möglichkeiten verwandeln das hätten sie in den direkten Duellen einfach machen müssen gegen Bremen gegen Leverkusen und Co es wird nicht reichen für die Euroleague wir haben die Tabelle eben gesehen weil Wolfsburg da nicht mitspielt sollten die noch einen Gegentreffer kassieren natürlich wiederum schon aber ja da ist wie ich jetzt höre schon Spielende und das ist in den anderen Stadien genauso der Fall und sie wissen was das bedeutet für diese Saison der FC Bayern München ist wieder deutscher Meister und da schauen wir jetzt auch hin ja der FC Bayern München ist wieder deutscher Meister und die Freude ist jetzt mal größer als in den vergangenen Jahren eine Meisterschaft am 34. Spieltag klar zu machen ist logischerweise nochmal etwas Spezielleres wir Glück wünschen die Münchner Bayern aber wollen auch nicht den überragenden Vizemeister aus Dortmund unter vorgehaltener Hand lassen das war eine starke Saison und auch vielen Dank an dieser Stelle an die Dortmunder der Trost wird relativ klein sein und am Ende ist es vielleicht typisch dass es nur ein 2 zu 2 ist vom FC Bayern München der zur Meisterschaft reicht aber das jetzt nochmal zum Abschluss das hier die Feierbilder wir schauen gleich auf die einzelnen Tore und die Tabelle wie es dann am Ende ausschaut das soll es aus der Konferenz gewesen sein vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dahin bleiben Sie am Ball und bis dahin Fortuna Düsseldorf wollte Hannover 96 natürlich nochmal zum Abschluss einer Klasse Saison besiegen der Aufsteiger ging dann auch in Führung mit 1 zu 0 durch Kenan Karaman ausgerechnet einem Ex-Hannoveraner doch die Gäste aus Hannover gaben sich nicht auf und erzielten dann auch den Ausgleichstreffer in der 61. Spielminute durch Ilas Bebou eine schöne Direktabnahme und ja die Frage stellt sich einfach wie wäre Hannover wohl drauf gewesen wenn Bebou die ganze Saison hätte mitspielen können Hannover setzte sogar noch einen drauf in der 84. Minute konnten sie diese Partie drehen und verabschieden sich damit dann tatsächlich nach dem Sieg schon gegen den SC Freiburg mit zwei Dreiern aus den letzten beiden Ligaspielen trotzdem müssen sie jetzt am Ende der Saison runter der VfL Wolfsburg musste lange zittern um den Europa League Einzug zu gewährleisten das konnte dann Daniel Ginczek in der 87. Minute aber noch wegwischen somit die Wölfe sicher in der nächsten Saison europäisch unterwegs Hoffenheim musste auf Patzer der Konkurrenz hoffen machte die Hausaufgaben selber gegen den ersten FSV Mainz 05 aber erstmal gut Ishak Belfodil der vielleicht beste Stürmer in dieser Saison bei der TSG aus Hoffenheim mit dem 1 zu 0 in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs in der 72. Minute das 2 zu 0 durch Joel Linton der nach langer Verletzung zuletzt wieder auflaufen konnte wurde hier noch mal belohnt für eine sehr starke und trotzdem sehr erfolgreiche Saison trotz eben seiner Verletzung in der 94. Minute also in der 4. Minute der Nachspielzeit Joshua Brennett noch mit dem 0 zu 3 die Mainzer waren nicht wirklich zufrieden nach dem starken Auftritt in Frankfurt waren sie hier komplett unterlegen und für Hoffenheim reicht es eben nur wenn die Konkurrenz patzt darauf schauen wir dann später eine Partie in der es ebenfalls um nichts mehr ging wie bei Düsseldorf gegen Hannover denn ein Absteiger war beteiligt und einer der klar und selber die Liga schon halten konnte Missijan machte hier trotzdem noch mal den Treffer zum 1 zu 0 das war auch spielentscheidend Freiburg verliert zum Abschluss der Saison mit 0 zu 1 gegen den Absteiger aus Nürnberg für Bremen musste es schon optimal laufen dass sie noch eine Chance haben auf die Europa League da war das 0 zu 1 von Timo Werner in der sechsten Spielminute eher suboptimal und fiel eben komplett zum falschen Zeitpunkt zu früh in der Partie Yuya Osako konnte das in der 24. Minute dann aber ausgleichen sehr schön gespielt und der verdiente Ausgleich zu diesem Zeitpunkt es war wirklich eine turbulente und spaßige Partie für vor allem Unbeteiligte gut anzuschauen 28. Minute dann also 4 Minuten später Timo Werner mit dem 2 zu 1 Doppelpack also von Timo Werner das hatte in dieser Saison für ihn schon relativ häufig geklappt bleibt da eisig kalt und schiebt den Ball über die leere Linie Pavlenka war geschlagen Paulsen in der 52. Minute dann mit dem 3 zu 1 gar doch die Elf von Florian Kohfeldt gab sich keinesfalls geschlagen und schlug dann in der 76. Minute nochmal zurück Johannes Eggestein mit dem 2 zu 3 schöner Kopfball oben rein Gulashi ist noch mit den Fingerspitzen dran kann es aber nicht mehr endgültig entscheiden und streckt sich in diesem Fall vergeblich nach einem wirklich guten Kopfball dann wiederum der Nackenschlag für die Werderaner Yusuf Paulsen mit dem 4 zu 2 ebenfalls ein Kopfballtreffer Pavlenka ist auch noch dran lenkt den Ball aber vom Aluminium ins eigene Tor das lief auch alles andere als optimal ab in dieser Situation schauen wir hier nochmal drauf sehr unglücklich dass er da nicht mehr rankommt trotzdem nochmal der Rückschlag und trotzdem nochmal die Antwort Yuya Osako wieder ein Kopfballtor 3 zu 4 das war dann aber das Ende dieser Partie Werder schlägt sich richtig gut verliert aber mit 3 zu 4 und muss dieses Jahr auf die Europa League noch verzichten Hertha BSC wollte Leverkusen ärgern und die Champions League versauen für die Bosch 11 und so war es Andrej Duda kurz vor dem Pausenfiff der das 1 zu 0 auch für die Hauptstädter erzielen konnte im letzten Spiel für Paul Dardai als Cheftrainer Kai Havertz in der 51. Minute erzielte aber den Ausgleichstreffer ein sehr schöner Schuss mit dem rechten Fuß klasse Direktabnahme Lister Thomas Kraft aus der Distanz keine Chance und auch da schauen wir auf die Tabelle später ob das für die Champions League gereicht hat Schalke gegen Stuttgart eine Partie in der es am Ende um nichts mehr ging Brill Donald Mbolo konnte in der 29. Minute das 1 zu 0 für den FC Schalke 04 erzielen die Stuttgarter wollten aber die Generalprobe vor dem Relegationsspiel nicht versauen und so machte Anastasios Donis in der 43. Minute das 1 zu 1 für den VfB ein sehr ansehnlicher Treffer dann sogar die Führung für die Stuttgarter 1 zu 2 durch Christian Gentner in der 48. Spielminute eine Partie von der man nicht so viel erwarten konnte hatte dann aber doch irgendwie einiges was man als Fußballfan gerne sieht dann noch der Ausgleich durch Daniel Kelly Drury ließ nicht lange auf sich warten danach passierte dann aber nichts mehr vier Tore in einer Partie in der es für beide Mannschaften hier um nichts mehr ging durchaus interessant Dortmund Dortmund erledigte gegen Gladbach die Hausaufgaben erstmal selber so war es Thomas Delaney schon in der Anfangsphase mit dem 1 zu 0 für die Gäste heute in schwarz auflaufend und um alles sicher zu machen erzielte dann Axel Witzel in der 72. das 2 zu 0 und die Frage war würde dieses tolle Tor hier am Ende ausreichend zum Dreier die Antwort war ja aber würde es auch ausreichen zur Meisterschaft dazu müsste Bayern patzen gegen Frankfurt da schauen wir jetzt drauf erstmal sah es nicht danach aus denn in der fünften Minute machte Serge Gnabry das 1 zu 0 für die Münchner kann sich dazu einfach drehen Frankfurt verpasste es rauszurücken dadurch war es dann auch kein Abseits Kevin Trapp ohne Chance Luka Jovic erzielte aber in der 28. ein absolutes Traumtor zum Ausgleich schauen wir uns hier an überlegt Schlenster den ins rechte obere Eck der ist wirklich fantastisch getroffen und nach 37 Minuten war der BVB erstmal Meister weil Ante Rebic das 2 zu 1 für die Gäste erzielte und damit auch für die Frankfurter die Chance von der Champions League weiter am Leben erhielt Bayern konnte aber noch vorm Pausenfiff ausgleichen und sich wieder zum Meister machen dritte Minute der Nachspielzeit Robert Lewandowski auch ein fantastisches Tor das war dann auch das Endresultat im zweiten Durchgang war es von beiden Mannschaften nur noch eine sehr vorsichtige Partie und die Bayern konnten die Meisterschaft feiern und und dann schauen wir noch drauf was diese Resultate dann wirklich bedeuten ja Bayern Meister mit einem Punkt eben das deutlich bessere Torverhältnis als der BVB Leipzig auf Rang 3 Leverkusen hat sich nach oben geschoben weil Gladbach eben verlor Frankfurt mit dem Punkt auch noch ein nach oben aber nicht für die Champions League qualifiziert dazu hätten sie schon gewinnen müssen Wolfsburg in der 87. Minute also spät noch an Hoffenheim vorbeigeschoben die durch das 3 zu 0 gegen Mainz zwar lange danach aussahen als würden sie nächstes Jahr europäisch spielen diese Chance aber eben verpassten und unten bewegt sich dann noch ein bisschen was Schalke verschönert noch ein bisschen die Tabellenposition Platz 13 gut sieht es trotzdem nicht aus mit dem 2 zu 2 aber zogen sie an Freiburg und Augsburg vorbei das war's mit der Prognose und jetzt gibt es noch im Überblick einmal die Tabelle der Prognose also aller 34 Spieltage im Kontrast zu dem was dann wirklich in der Liga passiert ist ja in der Prognose Tabelle ist durch das letzte Spiel jetzt Dortmund noch nach oben gerutscht und ansonsten muss man sagen die Top 4 ist sogar wie jetzt nach 33 Spieltagen weil der 34 ist ja in echt noch nicht gespielt da seht ihr rechts die Tabelle nach eben 33 Spieltagen da ist die Top 4 gleich Gladbach und Leipzig müssten nur tauschen ansonsten Hoffenheim Wolfsburg sind oben mit dabei aber Hoffenheim eben nicht mit drin ihr könnt euch das gerne nochmal im Detail anschauen wie es da so läuft also links ist die Tabelle aller 34 Spiele der Prognose rechts die Tabelle jetzt nach 33 echten Spieltagen am schwächsten oder am unrealistischsten war der Platz von Düsseldorf die sind hier komplett unten gelandet ich glaube da hat sich der ein oder andere Düsseldorf Fan in den Kommentaren auch muss ich sagen teilweise zu Recht beschwert das liegt natürlich nicht an mir sondern daran dass Düsseldorf bei FIFA einfach nicht so gut gerankt ist und ja häufig auch mal Pech hatte jetzt zum Beispiel auch gegen Hannover verloren hat wo ich jetzt sage in echt vermutlich wird der Düsseldorf sich durchsetzen können aber naja ihr habt es nochmal im Überblick ansonsten war es das jetzt mit dieser Prognose mir bleibt nicht viel übrig als mich zu bedanken für den Support und so weiter und so fort wir können in den Kommentaren gerne miteinander kommunizieren ihr könnt Fragen stellen und ja wie es dann weitergeht erfahrt ihr auf dem zu testen wie das so sein würde mit diesen 16 Spitzen Klubs naja und eventuell die Bochum Karriere und das ein oder andere Projekt jetzt kommen natürlich erstmal noch Champions League DFB Pokal Relegation Europa League und so weiter und so fort aber dann gibt es eine kleine Pause bis zur dritten Liga aber gut langweilig wird es vermutlich nicht wobei ich will nicht zu viel versprechen vielleicht findet ihr ja den Rest den ich mache auch komplett langweilig naja fertig jetzt mit dem Glaber das war es mit dieser Prognose wenn es euch gefallen hat lasst doch gerne einen Daumen und ein Abo da ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Video und denkt dran morgen kommt noch dritte übermorgen zweite Liga bis dann und tschüss